Achtung! So hallo, jetzt ist noch nicht ganz zu spät, ich habe noch etwas vor und ich denke ich mache ein Bild wegen dem G-Modell, das wir gerade zusammenbauen aber dann kann man das ganz kurz noch zeigen das sind wir jetzt noch zusammenbauen jetzt kommen die Türen rein der Motor läuft wieder da hat man jetzt die Einspritzpombe machen müssen das wird jetzt auch bald wieder laufen der braucht neue Spurstangen noch, da wird die Hinterachslinke getauscht die sind alle neu soll man erst geschwinde die Pagode da anschauen in der Waschhalle gehen wir geschwinde zum G-Modell da müssten wir noch ein Lamm greifen aber das habe ich gar nicht so da haben wir auch ein bisschen was in drei Ständen lackiert und der ist komplett konserviert das ist ein 500er da wird jetzt der Rest von da wird noch zusammengebaut der Weiße ist jetzt fertig aber der ist jetzt draußen und draußen ist dunkel da muss man das nächste Mal filmen dann ist da ein 123er sehr gute Karosserie da hat man unter dem ABS das Standardprogramm früher schon gewesen unter dem ABS da ist eine Verstärkungsplatte die ist zusammengeschweißt und da rostet es drunter wir haben jetzt den Rad einbaut geschweißt und jetzt machen wir eine neue Verstärkungsplatte und dann die Schrauben also nachschrauben mit Fett dazwischen dass das nicht mehr passiert da ist jetzt gerade der Kohlfügel geschweißt worden vorne der Aufwand den Kohlfügel zu schweißen ist teurer wie eine neue Wand zu schrauben aber ein bisschen neu eingepasst haben dass der richtig schön aussieht ist auch nicht ganz ohne also dann ist das wiederum besser wenn sie sonst noch gut sind lieber schweißen kostet so und so ist halt aufwendig das ist jetzt Bonux was da drauf ist ist ein neues Blech eingesetzt da war es noch gut auf der Seite bloß oben ein bisschen ist ganz gut geworden naja so gehört es da da sieht alles noch prima aus als ist ein richtig gesundes Auto also also richtig schön war ganz original guckete kein Winterbetrieb sieht anders aus wie der Garnelit Graal Kombi der Ski mal sehen was da dabei rauskommt also das gibt schon eine Nummer aber das darf man eigentlich als Werkstatt nicht machen das ist nicht rentabel für solche Autos die arbeiten mit Lackieren alles ich weiß es nicht 25.000 Euro das ist aber das Auto nicht wert aber naja dann muss der A zu B halt auch mal ein bisschen rennen und dann macht man drei Kompromisse vielleicht wird es was wenn nicht müssen wir ihn halt selber behalten wahrscheinlich wird es auf das neues laufen aber dann sehen wir mal weiter die brauchen ja eigentlich auch nicht also der wird eigentlich schön verkauft aber das geht noch eine Weile also halbes Jahr ich weiß nicht so Taschenlampe gute Frage hier ist irgendeinem Ladegerät ist immer gut also das will ich jetzt halt auch noch ein bisschen da oben machen Bremssattel undicht was habe ich eigentlich nicht lassen können in die Verstärkungskäste da sind keine Popfe drin keine Topftüte drin in die Verstärkungskäste erst einmal mit vielleicht 5 vollgemacht so da oben weil wenn ich da rumdampfe möchte ich da nicht dass da Wasser rein kommt muss ich mal sagen jetzt geht er dann auch wieder weg aber das ist ein Traum da hinten als hätten wir jetzt noch nichts dran gemacht dunkelrot dunkelrot dann wird es erstmal selber jetzt müssen wir es erstmal selber machen Also da ist es durchgeröstet und da ist es noch gut, es ist original, da sind sie oft ein bisschen ein Größterweg im Auspuff, ist nicht schlimm, könnte richtig schön da gehen. Also ich hebe es jetzt halt ein bisschen nach, dass wir, naja, also da unten ist auch das original, so muss das aussehen, jetzt ist eigentlich der Rahmenzustand ein bisschen hochgedrückt. Jetzt meinen Sie, wie das aussieht, wenn das sauber ist? Und man sieht ja immer die Chaos. Also wenn man es hochnimmt, im Neonlicht sieht man es am besten, wie es ausschaut. Wo der herkommt, sehen Sie ja schon. Aber so eine Substanz, da kann man halt richtig was Gutes draus machen. Das ist ja schon eigentlich fast ganz gut. Also da geht mir das Herz auf, wenn ich sowas sehe. Also das ist ganz originales Teil dahin. So, jetzt, aber das sieht eigentlich nicht gut aus, da darf man flüssig kalt draus essen. Also das Pedal geht auch ein bisschen durch, wenn man gleich denkt. Aber die Bierträger gucken Sie, komplett original, original die Bierträger. Da sieht es dreckig aus. Gut, also machen wir es wieder aus. Wenn man jetzt auf der Räder steht, von oben wird er besser aussehen. Also wenn man von oben anschaut, der sieht besser aussehen, von unten. Aber der sieht eigentlich von unten besser aus, für mich auf jeden Fall. Der Lack ist schon ein bisschen riesig. Also das ist jetzt nicht mehr der beste Lack. Von weidem geht es. Aber da hinten, das ist der Knaller da hinten. Da freut man sich immer wieder, wenn man sowas hat. So, jetzt, äh, da hätte ich sagen. Nur geschmetzt. Schöne Freude Abend. So, immer noch das gleiche Fahrzeug. Jetzt ist mir aber gerade was eingefallen noch während der Arbeit. Jetzt muss ich ganz schnell durchziehen hier noch. Ich lese ja die Kommentare alles ganz gern. Die Kommentare lese ich alles gern. Da sind ja auch sehr viele Witzige dabei. Und auch Fragen, ganz ehrlich. Wie gesagt, wenn man mehr Zeit hat, kann ich sie beantworten. Momentan ist ein bisschen wenig Zeit. Dann mache ich das hin und wieder. Wieder eine kleine Bemerkung. Während ich ein neues Video drehe. Darauf fallen dann irgendwelche Worte. Wenn irgendwelche Sachen, die ich gehört habe. Wenn es mir nicht so gefallen hat, dann, je nachdem fällt es halt aus. Aber es muss ja nicht jedem alles gefallen. Aber jetzt ist mir da eingefallen, wo ich da gerade hinten reingegangen bin. Da geht es mit Ihnen rein. Da kam die Frage, warum mache ich Sanders-Konservierung teurer ist wie Flitfilm-Konservierung. Man muss natürlich viel mehr abkleben beim Sanders, weil es überall umherspritzt. Die Innenraum und so weiter. Und das Flitfilm muss man eigentlich nicht wahr machen. Das dickere kann man wahr machen. Da geht es besser. Aber beim Sandersfighter geht es halt richtig zur Sache. Gerade bei den G-Modellen. Das zu verarbeiten ist nicht gerade witzig. Das kann man schon machen, wenn man das einmal macht daheim und warm macht. Und das daheim, das geht schon. Das stinkt ja auch nicht. Aber wenn man das professionell macht und oft macht und viel macht, dann ist das schon richtig Arbeit. Flitfilm muss nicht viel abdecken. Zack, fertig. Da kann ich sie rein spritzen. Unterbrot ist eh schlecht. Wege die Gummiteile. So. Aber jetzt. Warum? Da habe ich jetzt einfach gerade so ein Anschauungsobjekt. Da gehe ich mit Ihnen. Ich schwinge da hinten rein. Da habe ich die Lampe schon angemacht. Wenn Sie leider den Schlauch anschauen. Wenn der Schlauch ausschaut. Wenn der Schlauch ausschaut. Da kann man das auch einer gestalten mit den Schuhen von dem Sandersfett. Man könnte ja jedes Mal putzen. Das ist, jeder hat kein altes Schema. Aber wenn Sie diese Schuhe sehen, dann wissen Sie eigentlich schon Bescheid. Das ist richtig Arbeit. Das ist richtig gut, aber auch richtig Arbeit. Und ich denke, jetzt habe ich es so ein kleines bisschen erklärt, warum man mal gesagt hat, dass Konservierung teurer ist, wie eine andere Konservierung oder eine Fettkonservierung teurer ist. Ist mehr aufwendig, wie heiß gemacht werden und so weiter. Aber das ist ja schon ein bisschen heftig, gell. Aber das Ding ist der Kerl da hinten. Also, das ist richtig, das wird richtig lecker. Dunkelrotbraun. So, da ist jetzt Chefsache angesagt. Da bin ich ein bisschen am Arbeiten. Also, ich bin ganz alleine, ich bin ungestört. Ich wollte es gerade schön nochmal breitreden. Also, Dankeschön, gell. Tschüss.